Hallo, liebe Ziefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Foundation. Ja, hier wird gearbeitet, und zwar Steine geklopft. Und wir werden jetzt natürlich wieder weitermachen in unserer kleinen beschaulichen Siedlung. Steine unter anderem für unser Kloster, und zwar das hier. Dauert noch ein bisschen, aber es wächst und gedeiht langsam. Ja, unsere Aufgabe ist natürlich weiterhin, die Stadt, das Dorf, mit wichtigen Materialien zu versorgen. Und hier werden wir mal kurz das Areal etwas verändern. Genau. Das werden wir machen. So. Mal ein bisschen hier erholen, das Ganze, damit das hier nicht ständig immer ausgeholzt wird, das Ganze. So, das passt auch noch. Wunderbar. So. Ja, wir müssen... Oh ja, Beförderung gibt es wieder. Nehmen wir mal die schlecht gelaunten, bitte. Der braucht Wasser, braucht der. Wieso braucht der Wasser? Schade ist, dass man hier nicht den Umkreis sehen kann, ne? Wie weit der jetzt davon entfernt ist. Von dem Wasser. Das ist ein bisschen, was mich... Ja. Ja, nicht stört, aber was schöner wäre, wenn man da draufklickt und sagt, okay, das ist der Kreis. Dann sage ich, was, aber wenn ich nämlich hier hingehe und eingehe mit Brunnen, dann rieche ich... Okay, wie weit geht denn hier das Wasser, ne? Ich werde jetzt mal hier noch einen hinbauen. Dann der Köhler. Jetzt braucht der. Auch Wasser. Okay. Dann werden wir hier mal einen hinbauen. Den Lohn ein bisschen anheben. Mit dem ein bisschen glücklicher ist. Geben auch kein Wasser, glaube ich, oder? Ja. Wasser fehlt hier überall. Also auch, dann nehmen wir das Wasser mal... Äh, das Wasser. Den Brunnen. Setzen wir mal... Nein, dann setzen wir mal hier hin, würde ich sagen. Also, was haben wir noch? Dreihegern. Es ist ein Problem. Er sitzt mitten an der Quelle und beschwert sich nachher raus. Gut, weiter geht's. Kein Handel. So, dann machen wir mal weiter. Ich schau gerade, ob wir irgendwie was verbessern können hier. Unsere eigene Behausung. Was ist denn hier wieder los? Es hat keinen Platz für das Haus. Jetzt hör auf. Hier, ist alles grün. Hier, kannst du auch noch bauen. Ich versteh das nicht. Eventuell, ja, dann müssen wir eventuell hier noch den Wald hier abholzen. Das Stückchen hier. Dann müssen wir das doch kaufen, ne? Also den Wald möchte ich eigentlich hier behalten. Wegen dem Kloster. Das finde ich ganz niedlich hier. Gut, wir können natürlich hier die Küste runterarbeiten. mal kurz, ob irgendwo was noch frei ist in Sachen Jobs. Ah ja, hier ist noch einer frei. Oh ja, Müller haben wir noch zwei Jobs frei. Genau. Gut. Gut. So, dann schauen wir mal. Ah ja, hier stehen wieder Häuser. Sehr gut. die Scheibe rumleben. zu wenig, ne? Dieproof haben wir fast zu wenig, ne? Das ist ja eigentlich je los. Arbeiten die. Äh, hier. Warte mal, wir machen hier nochmal mehr Holzfäller hin. Holzfäller. Den machen wir mal hier hin. Okay. Wenn wir hier mal ein Bier einlagern. Weizen. Ja, Weizen ist wichtig. Was haben wir hier? Eisenerz, Eisen. Quarz. Ja, eventuell müssen wir hier noch eine zweite Ah ja, weiter geht's. Eine zweite Quarz Mine hier anlegen. Ich glaub, die eine reicht nicht aus. Können wir das machen? Hier hin. Und den Kran. Das sind so Deko-Artikel. So, genau. Passt wunderbar. Und das ist so Deko-Artikel. Nichts. Ich habe noch was. Ich denke, die Kranke Müssen wir übrigens auch abbauen. Haben wir auch noch mal Eisenerz. Der ist fertig, sehr gut. Ich schau mal kurz was nach. 8 von 20. Wir müssen noch genügend Platz haben hier, oder? Kann doch nicht sein. 1340 Plätze, also bitte. Was ist denn mit dem hier? Warte mal, das können wir eigentlich abreißen, oder? Wieso haben wir hier... Dorfkirche, Dorfkirche? Warum haben die hier... Sehr merkwürdig. So, ich reiße das mal ab hier, weil ich glaube... 14 von 30. Okay, verstehe. Nee, okay. Passt. So, wir bauen da jetzt einen besseren Turm hin. einen aus Stein. Genau. Eine aus Stein, genau. Der Fuchs ist wieder da. Der Fuchs ist wieder da. Dann nehmen wir mal wieder... Königreich, bitte. Die Wasserknappheit, die irritiert mich eigentlich, weil... das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Brunnen hier hinsetzen. Und dann hoffen, dass zumindest das Wasser nicht mehr ein Problem ist. Das nächste Wetter wieder. Ja. 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 Soll ich das? Ich würde ja gern Zugriff auf Gottesdienst. Warte mal. Das wäre mir interessierend. Wo geht jetzt der hin? Und auch kein Zugriff auf Wasser. Wir nehmen die... Ja, wir probieren es. Halt! Wo wohnt der? Das würde mich interessieren. Na also, Wasser hast du doch, ne? So, ein Gottesdienst. Ach, der wohnt da hinten. Verstehe. Okay. Okay. Dann machen wir es anders. Dann setzen wir da hinten eine kleine Kirche. Hier hin. Ja. Würde ich vorschlagen. Ich will den Turm erhöhen, wenn es geht. Darf ich das? So, genau. Den Kreuz. So, ist fein. Genau. Wunderbar. Deshalb machen wir auch hier bitte. Ja. Deshalb machen wir auch hier bitte. Nein. Nee, das ist erstmal so. So. Ein Mönch möchte eine Audienz haben. 50 Bretter. Ja, die kann er haben, aber die geben wir dem Klerus. Musik Jetzt haben wir hier eigentlich Käse, Beeren, Brot, Fisch und das da. Okay, dann können wir jetzt nochmal einen Stand bauen, würde ich sagen. Marktstand, setzen wir hier hin. Das war die ich noch später. So ein bisschen schneller. Der Käse ist auch noch ein Problem. Also wir machen es anders, ich werde jetzt hier das Kleine machen, wir werden hier nicht mehr weiter bauen. Dann werden wir hier noch einen Milchhof bauen. Es funktioniert alles gut hier. Oh boy. Sehr gut, dann können wir nämlich jetzt das dazukaufen, würde ich sagen, das Gebiet hier. Das wollen wir hier zukaufen. Und dann machen wir hier bitte eine Holzfällerfarm hin. Der kümmert sich dann um das hier. Wir sollen dann hier bitte abholzen. Aber nur hier, wenn wir dann mehr Platz haben für Wohngebiete. So, was haben wir hier? Extrem schwer nämlich. Genau. So. Oh je. Die Teile sind alle verwundet. So. 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 How. Uh. Yeah. Here. Oh yeah. Oh yeah. Here. Markus ist auch hier fertig, genau, und dann rein und zwar nehmen wir dann jetzt eine kleine Taverne könnte man da oben auch hinbauen, wäre so eine schöne Sache vielleicht. Weinstein. Können wir irgendwo andocken, ja, Küche hier, sehr gut. Was? Und hier werden dann noch weitere Häuser entstehen. Okay. Okay, nächstes Wetter wieder mal. Oh ja. Okay. 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 Na ja, und so, hier oben, wie gesagt, wenn das bald weg ist, werden wir uns um das Getreide wieder kümmern. Jetzt machen wir mal weg hier, so. Soll ich mal, damit das viel schneller geht, dann machen wir das so weg. Da konzentrieren sich die nur auf diese Stelle hier. Okay, gut. Dann im strömenden Regen sage ich, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, Abo nicht vergessen, rechts oben in die Playlist. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Foundation. Bis zum nächsten Mal. Tschö! Bis zum nächsten Mal. Tschö!